Die World Experience Academy ist einfach dafür da, um Kids eine gute Zeit am Wasser zu ermöglichen und die Wasserkompetenz zu stärken. Ja, super cool. Also eine riesen Möglichkeit für Kinder, hier die ersten Erfahrungen auch zu machen an einem Badesee, weil es immer noch sehr viele nicht schwimmer Kinder gibt. Und deswegen würde ich es super finden, wenn solche Aktionen einfach viel öfter stattfinden mit vielen Schulen. Leider sieht man es ja auch wirklich an den ganzen Statistiken, dass eben immer mehr Badeunfälle passieren. Es ist auch darauf zurückzuführen, dass eben Kinder einfach wirklich nicht mehr richtig schwimmen lernen. Für mich ist das das erste Mal und ich finde es bis jetzt richtig cool. Auf uns wartet ja noch das ganze Wasser und ich freue mich richtig noch auf den Tag. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch alle Bilder sind sehr schön geworden. ... ... … Ja!